Willkommen zu diesem Vlog. Ich steh grad noch im Badezimmer, mach mich fertig, denn in circa einer dreiviertel Stunde kommt mein Zug. Denn ich fahre heute zusammen mit einem Freund nach Hannover. Ich war noch nie in Hannover, ich bin gespannt. Einmal am Flughafen war ich da, aber sonst war ich noch nie in Hannover. Umso gespannter bin ich jetzt, ich würde sagen, let's go. Sie bittet Lautsprecherbösen auf dem Darmstein. Der Ausstieg ist in Hannover. Hier ist ne fucking Demo. Geil, dass wir hier sind und direkt ne Demo hier stattfindet. Als nächstes wollten wir dann in den Peak und Kloppenburg, weil man einfach ne geile Aussicht über die ganze Innenstadt hat. Einziges Problem, da sind überall Mitarbeiter rumgelaufen und die haben uns die ganze Zeit schon komisch angeguckt, weil man halt gemerkt hat, dass ich da nichts kaufen möchte. Ich bin dann mit der Jogginghose durch die Anzugabteilung gelaufen. Sie haben uns nicht rausgewissen, wir haben keinen Ausdruck bekommen und sind an unserem Ziel, dem Fenster, angekommen. Hier ist halt den geilsten Ausblick auf die Innenstadt. Aber die Mitarbeiter finden das nicht so geil. Hier ist einfach legit nur für die Aufsicht drin gewesen. Mal gucken, das ist diese Demonstration. Wir lassen uns nicht aufrechnen von den Mächten und den Faschisten und die AfD oder die ganze Verschwörungsspennage. Schließt euch trotzdem an, denn heute findet noch eine große Rede um 12 Uhr eine Gruppenübung, ein Bundesrechteraktionsveranstalt, solidarischer Heer. Freier Antik-Antikapitalist stars. Antik. Bildung. Bildung. Zukunft. Töten. Letzene lächte. Für Aufsicht. Aber ich habe noch etwas, wenn es mich nicht täuscht, ist das hier vor uns gleich, links. Die S-Bahnstation kenne ich von Google. Ich weiß nicht, was es ist, aber es soll Kunst sein. Aber ey, heute mehr Polizei gesehen, als in den letzten 10 Wochen so gefühlt hier. Ernst, August, let's go. Ich muss auf diese Brücke da oben. Ja. Das hat sich schon gelohnt. Hier, eine Tasche, wir haben ein Parkdeck. Boah, ich möchte das ab und guck mal so gut. Ausblick hast du. Aha, schon wild. Wir sind am fucking Flughafen. Aber wenn man mit mir unterwegs ist, dann ist es immer so, Lande. Das sind Amazon-Flugzeugs. Da haben die Flugzeuge. Wie sieht auch mal so ein Logo drauf. Und es ist windig. Es ist nix an McDonalds, das ist aber ein U-Bus. Ich nehme mir erst mal näher ran. Was ein Auto. Oha, schon geil. Boah. Ja, schon. Sehr heftiges Ausgang. Und es weht wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Blog gefallen. Wenn ja, lasst gerne Like und Abo da. Wir sehen uns im nächsten Blog wieder. Ciao. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.